Wollt ihr sagen, dass ihr seid jüdisch? Nein. Für was? Weil ich meine, dass jüdischismus nicht in den Rahmen der jüdischen Kultur ist. Ich kämpfe nicht für jüdisch. Ich tue. Kämpfen darf man kämpfen in die Barrikade. Ich meine, dass jüdischismus, jüdischismus, kommunismus, alle jüdischen Ideologien ist. Jüdischismus, die jüdische Kultur ist ein Teil von der jüdischen Kultur. Mehr nicht. Anstot zu schreien, wegen jüdisch darf man arbeiten, wie bei jüdisch. Lange die nüvidisch ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020